Moin Leute, Trimax hier. Der Stream startet jetzt und genauso auch die Season 9, Patchnodes gibt es da schon von, wir warten jetzt nur noch bis die Server live gehen, wird auf jeden Fall ein langer Stream, 12 Stunden wollen wir durchziehen, alles kaufen, alles leveln, richtig reingrinden, es gibt noch so neue Herausforderungsmodell, schauen wir uns alles an, wir gehen jetzt mal ganz kurz die Patchnodes durch, was alles so neu ist, denn da haben schon Chef Strom und Romatra gesagt, da wird Twitter brennen, also erstmal, das ist eine ganz feine Sache, es gibt ein neues Fortbewegungsmittel, die Windkanäle, wo wir einfach durchbrausen können, hin und her, man ist noch schneller, ich glaube die Kugler sind sogar noch drin, man kann damit jetzt sehr schnell von A nach B kommen, es gibt ja die Rifts glaube ich ja auch noch, also Probleme mit der Zone wird man jetzt glaube ich weniger haben, man kann da drin auch angeschossen werden, man kann da auch Fahrzeuge reinhauen, gucken wir uns an, Windkanäle überall, dann, das sind schon die neuen Locations, ich glaube das ist hier ein neues, neues Tilted, instant aufgebaut, war nur ein Tag gefühlt kaputt vom Vulkan, das ist jetzt das neue, Thema von der Season 9 ist ja, vielleicht habt ihr den Trailer schon gesehen, gucken wir uns das gleich nochmal zusammen an, Season 9 ist jetzt in der Zukunft, also der Vulkanausbruch kam, der Typ war im Bunker und jetzt ist man ganz weit in der Zukunft, hat sich einiges geändert und kommen wir direkt zu den Waffen und Gegenständen, es gibt eine neue Kampfschrotflinte, denn die Shotgun wurde gewaltet, die normale Shotgun gibt es nicht mehr, Wo sind die Waffen, die alle rausgenommen wurden, kommen wir gleich noch zu, die gibt es auf jeden Fall nicht, das Ding wird jetzt ein Ersatz, das Ding ist halbautomatisch, 10 Schrotpatronen, feuert 9 Schrotkugeln pro Schuss, bla bla bla, das Schaden ist ganz gut, Kopfschussmultiplikator 1,7, damit kann man also keine One-Shots verteilen, das ist schon mal interessant, selten episch legendär, schauen wir uns gleich Ingame an, wenn man die Stats so sieht, ist das auf der einen Seite ganz okay, aber ja, Was interessant ist, ist die taktische Schrotflinte, die hat deutlich mehr Damage, Tommygun wurde extrem reduziert, dass man die finden kann, sie haben die zwar so wieder reingebracht, aber die findet man jetzt fast gar nicht mehr, genau wie den Boom-Bogen, der ist deutlich seltener geworden, die normalen Granaten gibt es jetzt wieder, finde ich ein bisschen low, also von allen Items finde ich die blöd, Haftgranaten kommen in den Tresor, die fand ich besser, also normale Granaten rutschen immer einen Abhang runter oder fallen hinten, also weiß ich nicht, okay, vergrabene Schätze kommen in den Tresor, Pumpgun kommt in den Tresor, Giftpfeilfalle, ist auch raus, Revolver mit Zielfernrohr ist raus, Schallgedämpfte Scar ist raus, Infrarotstum, also Thermal ist auch raus und Ballons sind auch raus, also es ist ganz schön viel dort weggekommen, das macht aber Epic Games immer, wenn sie schon planen, dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen Items reinkommen, die so ähnlich sein könnten, wenn eine Falle rausgeht, kommt vielleicht eine andere Falle rein, Pumpgun ist raus, da kam schon das andere Ding, genau, da könnt ihr unbedingt mal zu den ganzen Patchnotes eure Meinung in die Kommentare schreiben, Fehlerbehebung und Verbesserung könnt ihr euch noch selber reinziehen, hier kommt ihr ganz schnell an, daran, dann hier Gameplay Windkanäle, diese Windkanäle befinden Spieler passiv per Luftstrom, Spieler bewegen sich schneller, Berichtung wechseln, Berichtungseingabe beschleunigen, gucken wir uns doch an, wie das Ganze funktioniert, Ventilatoren, diese starke Luftströme, diese Umgebungsgegenstände, können Spieler über kurze Distanz befördern und beschweren Immunität gegen Fallschaden, bescheren Immunität gegen Fallschaden, okay, gut, dann noch interessant die Fortbytes, da gibt es insgesamt 100 sammelbare Computerchips, am ersten Tag kann man davon 18 sammeln, lüftet irgendwie das Geheimnis zu Season 9, wenn wir jetzt direkt 12 Stunden Stream machen, wäre das ganz geil, wenn wir diese 18 Fortbytes, die man bisher finden kann, schon finden könnten, da werden wir auf jeden Fall einen kleinen Fokus draufsetzen, dann Fehlerbehebung und so weiter, wechselnder, limitierender Time-Mode, Trios, pures Gold, One-Shot, alles geil, Events, ja, bleibt Competitive eSports, da ist es ja dann auch wieder super interessant, jetzt am Wochenende, am Wochenende wieder Solo, Weltmeisterschaft, 3 Millionen Dollar für den ersten Platz, Qualifikation, mit den neuen Städten, mit den neuen Windkanälen, mit den ganzen Waffen, die rausgenommen wurden, mit den neuen Waffen, Tommy Gun und die neue Combat Shotgun, die da reinkommt, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, dann noch einige Sachen im Kreativmodus, interessiert uns jetzt nicht, ich hau jetzt den Stream an, bis gleich.